Im Video werde ich ja wie ihr seht, so, was soll ich machen, soll ich special das immer, weil ich habe keine Ahnung was soll ich mehr machen, in drei, zwei, eins. Okay, nicht schlecht. Okay, also das machen wir als erstens, Age of History 2, oder Quartz of Iron 4 Gameplay. Das werden wir uns erinnern, weil ich das ein Video natürlich ist. Also ungefähr so drei, drei mache ich, dass ich weiß, was soll ich machen. Drei, zwei, eins. Okay, nicht schlecht. Geh es mal kurz, schau. Okay. Drei, zwei, eins. Oh. Okay, und das habe ich mir auch vorgemacht, dass ich das mache. Ich habe auch 22. Aber okay, das machen wir halt auch. Okay, machen wir jetzt wieder noch eins. Drei. Warte, wie habe ich überhaupt? Egal, lass noch eins machen. Euer Punkt. Nein, so, das ist die Rest. Gigi. Tschüss.